Hallo liebe Zuschauer zum besten Elliot Wave Analyse Kanal. Hier ist der Frank Schuh von Elliot Waver Live mit einer weiteren Analyse mit zwei Analysen Natural Gas und WTI Light Crude Oil. Die letzten Analysen des heutigen Tages danach ist erstmal Wochenende. Am Sonntag geht es weiter. Da gibt es wieder die ganzen Big Techs und die Dickschiffe im Nasdaq Index und noch viele andere Märkte. Also Sonntag geht es richtig zur Sache. Natural Gas im 4 Stunden Chart. Da haben wir hier zunächst mal die Welle 5, die hier runter geht. Die letzte fallende Welle, bevor das Ganze hier zu Ende ist. Wenn die Welle 5 beendet ist, ist auch die Welle 2 beendet und das bei 1,60, 1,50 oder auch da drunter. Das ist ein bisschen variabel das Ganze. Das kann höher sein, das kann auch tiefer sein. Bei Netguest kann ich mich gerade nicht so festlegen. Diese Welle 5 besteht ebenfalls aus einer 5er Bewegung. Hier die Welle 1 bei 1,94. Die Welle 2 sind wir gerade dabei zu machen. Da schauen wir gleich genauer hin. Dann auch die Marken, die ihr euch noch gerne notieren könnt. Und von hier aus geht es jetzt weiter im Stundenchart. Hier haben wir jetzt eine Welle 1 gemacht. Und hier oben endet die Welle 2. Wenn die 61,8% macht, dann ist das bei 2,60, 2,62. Kann aber auch schon hier jetzt zu Ende sein. Kann noch ein bisschen höher gehen. Weil hier oben, da sind ja auch noch Retracements. Hier oben bei 78,6 zum Beispiel. Also abwarten. Aber das ist die Range, wo wir irgendwo landen werden. Dann geht es nochmal runter. Die Welle 2 besteht aus einer ABC-Bewegung. ABC. Und die Welle C, das ist die hier, die besteht aus einer 5er Bewegung. 1, 2, das ist jetzt alles ein bisschen eng hier. 3, 4, 5. So sieht das Ganze dann aus. Das war es dann vom NetGas. Weiter geht es mit dem Rohöl. Hier unten eine Welle B gemacht. Im Bereich von 84,12. Das Ganze geht nochmal hoch in eine WX. In eine X-Welle hier oben. Eine Double-Combo. Endet also im Bereich über 90. Und diese Welle C hier. Das ist die hier, in der wir jetzt gerade sind. Und haben wir eine 5er Bewegung. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier sind wir gerade dabei, eine Welle 2 zu machen. Hier die Marken für euer Interesse. Wer möchte, kann sich die notieren. Ich gehe jetzt weiter im Stundenchart und zeige euch das kleine hier. Da haben wir die Welle 2. Und hier kommen wir gerade von dieser Welle C runter. Und diese Welle C besteht aus dieser 5er Bewegung. 1, 2, 3, 4, 5. Und da sind wir jetzt bei, die 3 zu machen. Es geht ein Stückchen runter. Danach nochmal kurz hoch und nochmal runter. Anschließend erstmal wieder deutlich nach oben. Wenn wir unten ungefähr bei 72, zwischen 71 und 73 angekommen sind. Da geht es nochmal ca. 20 Punkte hoch anschließend. Bevor wir dann am Ende das große Tief machen werden. Aber da kümmern wir uns am Montag wieder drum. Weil montags mache ich das immer etwas ausführlicher. Beziehungsweise schaue mir auch die längerfristigen Charts an. Das war es jetzt für heute. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, zu kommunizieren, sagte ich schon. Zu kommentieren. Und schließe eine Kanalmitgliedschaft ab. Dann bleibe ich auch dabei und mache das hier weiter. Andernfalls werde ich in Kürze diesen Dienst einstellen. Dankeschön. Bis dahin. Der Frank Schuh von Elliot Waver live.